Sind das Leuchtkürbisse, sage mal? Ah! Ich glaube, das ist der Ehegarten hier. Kann das sein? Kürbislaterne. Es ist der Ehegarten. Bruno, du weißt Bescheid. Okay. Wenn die Spinnen schon so drauf sind, dann will ich mir gar nicht vorstellen. Kammerjäger, ja. Ich muss die ganzen Käfer gleich mitnehmen. Oh, hier haben wir auch Leuchtkäfer drin. Ah, schön. Diamant. Pass auf, ich muss mal kurz... Bis jetzt haben wir ja noch keine gefunden. Ich glaube, wenn wir eine Sackgasse haben, wäre es schlau, die Leuchtkäfer wegzunehmen. Damit wir uns ein bisschen so den Weg guiden können. So. Hier geht es noch rein, aber ich glaube... Ah, okay. Was? Spawn Delay 200. Max, der Delay Spawn Count 4. Max, der Delay Spawn ist... Max, der Delay Spawn ist... Max, der Delay Spawn ist... Hä? Ich weiß nicht. Was ist eben jetzt passiert? Ich, ähm... Entschuldige mich für diese Interruption? Interruption? Ah, guck mal hier. Ah, was ist das denn? Eine Minispinne. Schwarm spinnen. Okay, die Schwarm spinnen, die sind nicht so, äh... Die sind zwar da, aber nicht so intelligent wie Schwärme. Und irgendwo müsste hier ja auch die Riesen... Die Riesenspider sein. Na gut, ich weiß halt nicht... Ich weiß halt nicht, wo jetzt hier richtig ist. Hier sind wir wieder draußen. Aber gibt's hier irgendwo... Aber war das nicht gerade schon das Center? Ich weiß es nicht. War das nicht jetzt schon das Center hier? Ich mach einfach mal, ne? Ich geh einfach mal da überall hin... Und nehm die jetzt mal alle mit. In der Hoffnung, dass wir uns da dann ein bisschen mehr orientieren können. So, hier haben wir nix mehr. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Doch, hier waren wir. Aber... Warte mal, da muss ich gleich mal gucken. Bruno, hallo? Warte mal. Ähm... Ne. Wo war das denn nochmal? Doch. Besiege eine Spinn in einem Irrgarten. Ah, okay. Achso, das war es schon. Ach, achso, okay. Das war auf jeden Fall... Ich dachte, da kommt jetzt so ein richtig krasser Bossfight. Aber... Das war wohl nischt. Das war wohl nischt. Oh, hier. Guck mal, hier waren wir noch gar nicht drin. Ah, schau mal einer an. Das brauchen wir nischt. Also sind wir dann noch nicht richtig gelaufen. Na ja, gut. Ja, man weiß halt nicht, ob... Ja, ne? Ich kann es halt nicht abwägen, wie groß dieses Ding eigentlich ist. So. Hier sind auch noch welche. Ich nehm hier alle mit. Ich nehm hier alle mit. So, hier ist auch noch einer. So, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Das ist natürlich die Frage, wie kommen wir wieder zurück? Den selben Weg natürlich. Das war der falsche, glaube ich. Oder? Oh, scheiße. Äh. Sieht schwierig aus. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war. Da war auf jeden Fall noch... Da waren auf jeden Fall zwei Kisten. Ne? Eine konnten wir nix mit anfangen. Ich hätte sofort mitnehmen sollen. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau manchmal. Doch, warte mal. Das müsste hier gewesen sein. Hier irgendwo... Ne, weil an der Kiste waren wir. Hier war ja keine. Mist, wo war das denn jetzt? Verdammte Axt. Du weißt es auch nicht mehr, ne? Ne, ich war... Ich... Da ist ein Ausgang. Hier ist auch noch ein Weg. Sag mal, wie... Wie riesig ist das denn hier? Ja, es ist bestimmt eine gute Idee, die ganzen Leuchtdinger mitzunehmen, damit wir wissen, wo wir lang gehen müssen. Äh. Ne. Hier? Ne. Da hinten waren wir. Verdammt, Axt. Wo war das denn jetzt nochmal? Das gibt's doch nicht. War das hier? Oder war es doch wirklich nur eine Kiste? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Wir haben auf jeden Fall... Da haben wir noch Spinne. Und Spinne ist immer ein Zeichen dafür, dass hier irgendwo noch ein Spawner ist. Hallo Spinne. Tschüss Spinne. Also könnte es vielleicht hier irgendwo sein? Warte mal. Wenn ich jetzt hier lang gehe und dann vielleicht hier rein? Pass auf. Aua. Ach was. Ach man... Ach, okay. Das ist ja witzig. Ja, ich glaube irgendwo... Wir haben einen übersehen, ne? Irgendwo haben wir einen übersehen. Verdammt. Hier ist irgendwo noch eine Spinne. Ich kriege sogar Schaden, wenn ich es abbauen will. Die Schweine haben an alles gedacht. Verdammt nochmal. Aber hier ist schon wieder eine Spinne. Es muss hier irgendwo noch ein Spawner geben. Ich bin da der festen Überzeugung. Hier. Hier, ne? Ja, wir sind da. Oh. Das ist doch größer als gedacht. So, pass auf. Bevor ich jetzt... Ich gucke jetzt direkt erstmal in die Kiste rein. Nääääh. Okay. Okay, ich lasse die Leuchtkäfer jetzt mal, ne? Ja, ich lasse die Leuchtkäfer jetzt erstmal. Aber krass. Ähm, ich würde es gerne... Äh, ne? Neu. Irgarten. Äh, warte. Nein. Er. Ledigt. Äh, aktivieren aus. Speichern. Obwohl, wir lassen das mal kurz an. Ne, wir lassen das... Oder was heißt kurz? Wir lassen das ruhig an. Weil, falls wir, ähm... Uns gleich verlaufen, wissen wir, wo wir hin müssen. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Die Frage ist, welchen Bus... Welchen Bus... Welchen Bus müssen wir als nächstes nehmen? Äh, ich glaube, die 18 fähren nach Istanbul. Äh, nee. Welchen Boss wir als nächstes legen müssen? Wahrscheinlich... Naja, die Naga, ne? Ich glaube, einmal noch die Naga, weil wir die Trophäe nicht bekommen haben. Beziehungsweise... Das Lichtvieh. Da waren wir noch nicht. Da ist wieder eine Naga. Da ist wieder so ein Naga-Moppet. Ja, das müsste das... Naga-Stätte, ja. Okay. Wir sind natürlich ready für den Fight. Hier ist es. Warte mal, ich will kurz noch mal schauen, bevor ich jetzt, äh, ne? Ähm, nein, das wollte ich nicht, aber ich wollte schauen. Na gut, das hatten wir ja schon. Aber hier war, glaube ich, der... Der Wurm drin, ne? Genau, Naga-Trophäe haben wir nämlich noch nicht. Gut, dann stellen wir uns mal den Kampf. Ich meine, letztes Mal ging es ja relativ gut für uns aus. Äh, mal schauen, wie es diesmal wird. Ah! Okay. Ich mache mal kurz Trick 17. Hui! Hui! Und hier mal hier auch mal eben Trick 17. Obwohl, nee, komm, ich mache es aus. Nein! Ah, diese Scheiß 1 und die Scheiß 2, verdammt. Jo, die Naga, die ist schon bereit. Die ist schon ready. Die ist schon ready to fight. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die Olle? Trau dich raus. Ich weiß, dass du dich hier versteckst. Ich bin nur ein einzelner Mann, aber ich werde dir dein Handwerk legen. Du wirst nie wieder glücklich sein. So, komm her. Oh nein, Bruno! Nein, Bruno! Ich hätte ihn draußen lassen sollen. Bruno, du bleibst hier. Bleib sitzen. Bleib sitzen. Bleib sitzen. Nein! Scheiße! Nein! Nein! Du hast Bruno getötet! Du Mörder! Ich werde dich dafür anhusten. Verdammt nochmal! Du Mörderin, du alte, dreckige Schlange, du. Du bist genauso dreckig wie deine niedere Geburt. Wie deine Familie. Guck mal, wie es dich schon ist. Verpiss dich! Oh! Die haben wir letztes, ja, die haben wir letztes Mal nicht mitgenommen. Ja, bring out your dad. Zepter des Zwielichs. Ja. Das Problem ist, die haben wir letztes Mal nicht gesehen, weil die wahrscheinlich so... Warte mal! Okay, pass auf. Äh, zack, zack. Ähm. Theoretisch müsste die jetzt noch da sein. Neu. Naga. Städte. Städte. Zwei. Rip. Bruno. Der Wolf. Tja. Er hat sie lange ausgehalten. So, theoretisch. Ne, ich will, ich, ich fliege jetzt einfach mal nur rüber. Ähm, dann fliege ich gleich mal wieder zu Naga Städte 2. Aber theoretisch müsste hier dann noch die eine Truhe sein. Ist ja noch ein Labyrinth. Äh. Ich habe das mal nicht gesehen. So, die Frage ist natürlich, da ist sie. Ja, hier ist sie nämlich. Zack, da haben wir sie. Ja. Hahaha. Und theoretisch aus den Nagerschuppen könnten mal jetzt, äh, ne? Wie gesagt, ich habe dieses Labyrinth hier nicht gesehen. Lalalalalala. Ich möchte natürlich die Sachen alle, ne? Da habe ich gerade Schnee gesehen, das habe ich jetzt auch mal nicht gesehen. So. Okay. Pass auf, da will ich mal eben kurz schauen. Zack. Oh, die scheiß zwei hier. Mein Gott. Hallo. So, und jetzt haben wir es nämlich. Zack. Äh, zack, zack. So. Ja. Könnten wir machen. Mach ich aber noch nicht. Hier haben wir auch das dann fertig. Ja, haben wir auch das. Ne, ne, ne. Okay. So, Zepter des Zwilligs. Ah, guck mal. Zepter des Lebenssauger. Zepter des Schildes. Zombie-Zepter. Zepter. Zepter, Zepter, Zepter. Okay, cool. Eisenholzmaterialien. Wow. Okay. Okay. Ja, Naga hat leider einen Bruno getötet. Das, äh, guckt mir natürlich sehr leid. Ein Wildschwein. Hehe. Hallo Pumba. So, okay. Dann lass uns mal hier wieder durchgehen. Ich glaube, ich muss mal kurz eben hier aufräumen. Warte mal. Ähm. D-d-d-d-d. Das kann hier raus. Die Glasflaschen weiß ich gar nicht. Ähm. Das Weizen kann hier raus. Das brauchen wir nicht unbedingt. Die Goldklumpen. Hör. Das kann auf jeden Fall raus. Das kann auf jeden Fall raus. Das kann raus. Die weiße Wolle. Ne, ich lass sie mal. Ähm. Dann weiß ich nicht. Das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Das ist, glaube ich, einfach nur eine normale Truhe. Hier haben wir nochmal braune Wolle. Das kann raus. Das kann raus. Ein Dust kann auch raus. Eisenmeinschutz. Äh. I don't know. Das kann auf jeden Fall raus. Das kann auch raus. Das kann raus. Das kann raus. Die Birkensetzlinge braucht keiner. Hier. Poison-Sack braucht auch keine Sau. So, zack. Ne, dann haben wir erst mal wieder ein bisschen was aufgeräumt. Äh. Tschüss. Nein. Hallo. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. 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 Und tschüss. Ne. Tschüss. Tschüss.